Jetzt läuft's. Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ja, jetzt geht es an die Verlosung von den tollen Schlüsselanrichtern, die ich hier habe. Und dafür habe ich mir jetzt schon mal die Namen zurecht geschnipselt. Es sind leider mehr als fünf geworden. Das heißt, wir müssen jetzt eine Verlosung machen. Und das bedeutet, ich habe jetzt erstmal hier Funny Animal. Die knicke ich zweimal. Blostopf ist leer. Dann haben wir hier Benedikte B. Tobias H. Daniel F. Ich habe jetzt die Nachnamen extra nicht reingemacht, weil ich halt immer nicht weiß, wie das nun die Leute gerne handhaben wollen. Den GWF-Channel. Dann Own Crazy Player war es, glaube ich, gewesen. Mit Player hinten dran habe ich woher weglassen. Also Own Crazy. So, und Christian K. Ich gucke nicht rein. Und ach doch Deckel drauf und Schückel. Wenn ich ihn hier hätte, würde ich es tun. Hör mich aber leider nicht. Toll. Das heißt, so ist okay. So, jetzt blühe ich noch ein bisschen. Und jetzt kommt der erste Name. Wir haben... Wen haben wir denn? Benedikt B. Herzlichen Glückwunsch. So, Zweiter. Wir haben... Christian K. Herzlichen Glückwunsch. So, wir haben... Und Crazy. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben... Tobias H. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt der Letzte. Der Allerletzte. Ich habe versucht, eine Mücke zu fangen. Da ist sie. Ich kriege sie nicht. Ich mache sie nachher platt. Ich glaube, sie hat schon Blut gesaugt. Das Mistvieh. So, und der Letzte ist... Wen haben wir da? Drommelwirbel. Der GWF-Channel. Herzlichen Glückwunsch. So. Bescheid geben werde ich euch ein bisschen später. Damit ihr euch das Video angucken könnt und euch dann überraschen lassen könnt, wer da gewonnen hat und wer nicht. Und deswegen beende ich das Ganze jetzt hier. Herzlichen Glückwunsch an die, die jetzt einen bekommen haben. Es tut mir leid an die, die jetzt keinen bekommen haben. Ja, Katrin und ich, wir werden einfach mal gucken, ob wir irgendwas mal irgendwann machen können, oder? Genau. Vielleicht kein Schlüsselanhänger. Vielleicht was anderes nächstes Mal. Ja, mal gucken. Also, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr dabei seid, dass ihr meine Videos alle guckt, dass ihr die Videos liked und dass ihr mir toll in die Kommentare reinschreibt. Und ja, damit beende ich das Video jetzt und vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.